So, moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir sind wieder im Gym. Ihr hört es wahrscheinlich. Also ich probiere hier auch gerade ein bisschen lauter zu reden. Ja, heute steht schwere Beuge an. 312,5. Der Torben ist auch dabei. Und der will heute einen PR drücken mit 140. Das wird auf jeden Fall abenteuerlich. Cheap, cheap! Ich fange jetzt an mit dem Warm-Up und den Rest seht ihr natürlich auch alles. Lieb. Ich geh diese Lieb. Angekommen bei 170, danach geht es auf 220 und dann geht es richtig los. Ich probiere heute auch neue Sleeves aus, nämlich die Titan Sleeves und ich kann meinen Bein jetzt schon nicht mehr beugen. Der Torch gript in my hand, I'm hella calmed at the Palm, hold my fortune. I live ready to die, my mama hate me sounding morbid. Growing up my daddy got caught up in chasing fortune. He'd probably be more proud if I was doctor or a lawyer. But I'm paid to be aligned, we're only living in the moment. And I can't have my target, what we locked behind these bars are in a spot that I can conquer. But fuck it cause we living my nigga. And I'm addicted to feeling like I'm invincible. Take the bag, then I triple it. The flow, been on the pinnacle, vivid dreams of a miracle. Where I made it out of vine, I'm so out of mind. It's hard to wanna go outside cause they be killing off my kind. But I gotta hold my head and keep it loyal to the players. Don't let them rob you of protection of yourself. Niggas lying for a check, I call it robbing for the flex. Till they will drop your ass, the vent collect on your events. Train more lighting cause the man don't give a fuck about your plan. Willst du sonst noch was sagen vor deinem PR? Nein. Ich hab immer noch riesen Schiss in der Wuchse. Perfekt. Perfekt. Den Content wollen wir. Und komm. Dein Ding. Easy. Schieb das Ding raus, Tom. Let's go. Come on. Und komm. Oh shit. Schieb, 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 schieb. Oh, alter Schwede. Was ist das denn? Unten dachte ich so, oh, denn jetzt fliege ich. Ja, das ist halt, je länger deine Arme sind, desto höher ist der Stacking Point. Das ist ganz normal. Das ist halt die Qualität dann, ne? Ja. Die dann verloren, die Menschen sind. Ja, du. Aber alleine? Alleine. Ich war nicht dran. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Wollen Sie noch was für die Leute sagen? Ja, ich bin sprachlos, wirklich. Ich kann grad nicht mehr sagen. Ich glaub, man sieht uns grad gar nicht richtig auf der Kamera. Jetzt ist es auch schon wieder. So, 72 sind geladen. Ich bin sprachlos, ich bin sprachlos. Wir haben einen 3.20 geladen. Tatsächlich das erste Mal in meiner Polelifting Karriere, dass ich Overshooter, also mehr nicht mehr als im Plan ist. Mal gucken. Auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr, wie ich verwenden war, dass ich alles nicht mehr so muss, ich habe ihn vorbeigehen. Aber ich konnte nicht mehr so, dass ich das nicht mehr so muss, die ich jetzt nicht lange zuakan, wenn jag nicht mehr so udah berührt. Wenn ich nachdem, dann habe ich mir das nicht mehr so. Ich werde meine Schlafen hier nicht mehr so, weil ich es nicht mehr so wie ich写 das nicht mehr so soll, ich werde es nicht mehr so viel lernen. Was ist das? So, Back-Off-Set 2,50 auf 6 dreimal, kurze Einleitung und dann geht's ab. So, Beuge war sehr gut. Ja, 3,20 gebeugt, 7 oder sowas, dicker PR, zumindest Intensitätsbereich gebeugt, da hab ich die schon mal, aber sehr viel leichter als sonst, aber ordentlich Luft nach oben. Diesmal auch vernünftig tief und alles, also das passt. Jetzt gibt's noch ein bisschen Hyper-Extensions und dann noch ein bisschen Bade. Wenn wir asken, was wir holden, dann wollen wir, dann goten. Sign an X-Man at a lower rate to hope on Bag of Fortune, so we torch it. We burn it all down till y'all get it, bitch, I'm native to the sand. Don't give a fuck about no Pilgrim, when the police at my neck. My brother hanging by a branch and I can't even pay his bond, because we stressed a dollar then. Tell me how we supposed to win, huh? They selling dope to keep his flow to pay the rent, huh? A lot to hold, but I ain't fold, I'm still on 10, huh? Toast planted in the soil, getting hard to keep it cordial, but that's just the way it go. Go, 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 go. So, Training ist durch. Ja, ist mein langweiligster Trainingsplan, muss man ehrlich sagen, abgesehen jetzt von der Beuge. Die Beuge war sehr gut vom Gefühl her. Ich habe mir das Video jetzt aber nochmal angeguckt. Ich habe eine Sache ganz klar vergessen, weil ich mich so auf die Tiefe konzentriert habe, weil ich die letzten Wochen nie tief gebeugt habe. Und das klingt jetzt wieder dumm, aber ich habe es vorher schon mal im Video gesagt. Ein großes Manko bei meiner Beuge ist, da wahrscheinlich auch dadurch, dass ich einfach aus dem Bodybuilding komme und das jahrelang so gemacht habe, weil ich beuge in der positiven, also in der Konzentrik zu kontrolliert. Also ich versuche nie oder ich versuche selten, außer wenn ich mich darauf konzentriere, einfach rauszupuschen, das heißt mit Tempo rauszukommen. Das habe ich die letzten Wochen gemacht, das hat auch geholfen. Ich muss mich noch immer wieder daran erinnern und wenn ich mich halt mehr auf die Tiefe konzentriere, dann vergesse ich sowas. Deswegen waren die langsamer, als sie hätten sein können, aber trotzdem sehr, sehr leicht, gerade vom Gefühl sehr, sehr leicht. Und ich denke, da können wir noch ordentlich was draufpacken bis zur WM, die jetzt in sechs Wochen ist. Aber jetzt geht es erstmal nach Hause, dann wird sich noch ein Meal reingeschoben und ein bisschen gearbeitet.